Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1570. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber es ist sehr preiswert. Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber es ist sehr preiswert. Wie konnte das geschehen? Warum habt ihr noch immer keine brauchbaren Ergebnisse? Wie konnte das geschehen? Warum habt ihr noch immer keine brauchbaren Ergebnisse? Wie konnte das geschehen? Warum habt ihr noch immer keine brauchbaren Ergebnisse? Niemand glaubt mir, dass ich mit einer Bohrmaschine umgehen kann. Niemand glaubt mir, dass ich mit einer Bohrmaschine umgehen kann. Niemand glaubt mir, dass ich mit einer Bohrmaschine umgehen kann. Im Durchschnitt trinken die Menschen in Deutschland einen Liter Milch pro Tag. Das ist weniger als in den Vorjahren. Im Durchschnitt trinken die Menschen in Deutschland einen Liter Milch pro Tag. Das ist weniger als in den Vorjahren. Im Durchschnitt trinken die Menschen in Deutschland einen Liter Milch pro Tag. Das ist weniger als in den Vorjahren. Auch Kindern sollte beigebracht werden, regelmäßig Wasser zu trinken. Es ist einfach. Das sollten wir jeden Morgen machen. Kannst du mir mehr zeigen? Es ist einfach. Das sollten wir jeden Morgen machen. Kannst du mir mehr zeigen? Rosi freut sich über ihren Erfolg und die guten Ergebnisse ihrer Arbeit. Ich brauche kein Auto. Der Bus hält direkt vor meiner Wohnung und bringt mich in 20 Minuten zur Uni. Ich brauche kein Auto. Der Bus hält direkt vor meiner Wohnung und bringt mich in 20 Minuten zur Uni. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Diesen Absatz ersetze ich durch einen neuen Text. Diesen Absatz ersetze ich durch einen neuen Text. Diesen Absatz ersetze ich durch einen neuen Text. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich liebe den Sonnenuntergang am Meer, vor allem wenn wir zu zweit sind. Ich liebe den Sonnenuntergang am Meer, vor allem wenn wir zu zweit sind. Der Trainer empfiehlt mir einen Trainingsplan und die besten Trainingszeiten. Der Trainer empfiehlt mir einen Trainingsplan und die besten Trainingszeiten. Normalerweise kaufe ich Kleidung in meiner Lieblingsboutique im Stadtzentrum. Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen. Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen. Meine Mutter hat Freude daran, Gesichter auf dem Essen zu erschaffen. Wir überlegen gemeinsam, welche Farbkombination wir für die Präsentation verwenden wollen. Wir überlegen gemeinsam, welche Farbkombination wir für die Präsentation verwenden wollen. Wir werden später weiter über dieses Thema sprechen. Ich muss zuerst auf eine E-Mail antworten. Wir werden später weiter über dieses Thema sprechen. Ich muss zuerst auf eine E-Mail antworten. Ich arbeite so schon mehrere Stunden und so langsam tut mir mein Rücken weh. Ich arbeite so schon mehrere Stunden und so langsam tut mir mein Rücken weh. Der Flugkapitän bereitet das Flugzeug für den Start vor. Er überprüft alle Instrumente. Der Flugkapitän bereitet das Flugzeug für den Start vor. Er überprüft alle Instrumente. Ich helfe dir dabei. Schau mal, es geht ganz einfach. Ich helfe dir dabei. Schau mal, es geht ganz einfach. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like